Ich gebe dir Deco! Ich helfe dir! Gut gemacht! Ich habe ein mieses Gefühl. Das wird schon. Wollen wir es hoffen? Ich bin es hoffen. Ich bin es hoffen. Doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen, Sosa. Oh, 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 oh. Du, siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschaft da aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Find recur. Ja! 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 Hey! Hey! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.